Ich geh ja nicht rauf. Ah, geht auch. Yeah. Noch mehr Sand? Alter, der pumpt mir aber voll mit Sand. Sand. Ich hab da hinten einen Sand gesehen. So, gibt's ja auch Wasser. Meine Fresse, ey. Die Kameraposition ist in einigen Dingen... Also sehr schlecht. Sand und Wasser kann ich... Hab ich gehört. Gut. Sand. Eine Folterkammer. Es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe sah. Nah genug, um sie zu berühren. Wo waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszupressen? Am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer. Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Sand der Zeit. Also alles in allem... Ja, wir haben einen neuen Punkt. Ne, aber... Unfairsten Kampf der Spiele-Geschichte. So schlimm war das nicht. Mal hab ich plötzlich weniger. Lauf, 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 lauf. Nein, bist du beschossen. Beschützten. Nein! Nein! Oh, hoffentlich kann ich den noch weit zurückspulen, ey. Du Gata, 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 Gata. Der hat alle Zeit der Welt, ne? Fuck! Alter. Oh, habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen! Vampire stirbt! So, jetzt dürfen wir wieder speichern. Das Spiel denkt sich natürlich... Nein, du hast gerade erst gespeichert. Du darfst erst in 30 Minuten speichern. Was macht der denn da? Lauf! Boah, es gibt auch gar keinen drin, ne? Ich seh' nix! Ja, gut gemacht. Habt ihr's gesehen? Wirst du mich verkackarschen, du Wichser? Was soll denn der Scheiß? Gammelt er 50 Stunden und bummst mit dem Stiel nach unten. Er wollte mich verarschen. Niiiih! Alter! Alter, das könnt ihr mit mir nicht machen, ey. Alter, das vervierfacht mein Alter. Da, und die Dinge brechen auch noch weg. Gut, die haben natürlich angemessen. Was macht der denn da? Das war natürlich angemessen für die Zeit. Wie es sich gehört. Speichern, bitte speichern. Oh, lass mich. Nein! Was machst du denn? Ich will nicht mehr. Was war denn das? Habt ihr es gesehen? Hoch und... Oh nein, die Brücke ist kollabiert. Benutzt, bewegen, um Richtung Salz, deuten, drückt so und so. Ah, okay. Herzlich willkommen zurück. Willst du einen Kaffee? Den müsstest du eigentlich gebrauchen können hier. Oder... Oder was trinken die Kinder von heute? Red Bull. Red Bull. Und Energy Drinks. Dieses Gesöff. Warum auch immer. Alter! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum haben die so einen durchbrechenden Schub... Hallo! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum macht ihr das mit mir? Ja. Ey, du willst mich verarschen. Was soll denn das? Warum greift er eine von hinten an? Wir sind einfach nur Inbar. Ich hasse diese Gegner. Nein. Das heißt, ich muss, wenn ich hier wieder abspringe, sofort weg springen aus dem Schwung heraus. Ja, das war schon zu spät. Danke, Wichser. Ach, Mann. Ey, in kein Let's Play sind so viele Schimpfwörter gefallen wie in diesem. Wow. Alter, hat er mir die Beine glatt weggezogen, ey. Boah. Ich bin, äh, gegen unfaire Spiele. Alter, habt ihr gesehen? Der hat zwei Schläge hintereinander gemacht. Warum? Jetzt stirbt mal. Nein. Oh, nö, ist klar. Fahrer stirbt an einem Fix. Hallo. Cool. Ich hab verloren, ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Da hat er mich aus der Luft rausgesaugt. Pizza euch! Auch das noch. Machst du dich über mich lustig? Das ist nicht witzig. Das sind extrem heftige Hirnaktivitäten, die hier stattfinden. Mal fangen wir hier an. Soll ich ihn betätigen? Noch nicht! Lasst mich erst auf die Plattform! Schrei doch nicht so. Werbung schließen. Ich öffne schon mal die... Seid ihr schon auf der Plattform? Noch nicht! Lasst mich erst auf die Plattform! Ich bin auf der Plattform... Alter, sind die laut. Ich hab das Gefühl... Nein! Ich bin auf der Plattform! Ich bin auf der Plattform! hinab, in dem er an den großen Tassen sang? Seil? Fick dich! Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser dämliche Prinz so langsam ist! Seine liebsten Beschäftigung ist übrigens Dildo-Hunting. Oh Gott, und dennoch mit weniger Leben. Ihr hört die Spannungsmusik, ne? Nehme ich doch auf der Schweiß von der Sterne, ey. Ich bin am überlegen, wie ich da plane. Beifall bei mir zur peanutkorden ist, wenn ihr die Leer-Ist-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp-Klepp. Wir machen das viel weiter, wenn ich da bin. Ich bin ein, ein, ein und ein, 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 ein. Pass mal auf, was hier steht. Ich lese mal die Lösung jetzt exakt vor. Lauft nun... ...besiegt ihr die Gegner in einem der unfairsten Kämpfe der Spielergeschichte und speichert neueren Spielspann. Oh, sie mag es, wenn ich das tue. Das finde ich geil. Finde ich übrigens richtig cool, weil jetzt kriegen wir mehr Leben. Oh, cool, ich habe den Dialog übersprungen. Kommt doch mit, bitte. Nein. Ja. Saufen wir. Alter, jetzt reicht's aber. Das ist zu viel. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht, verdammte Scheiße. Oh, das geht schneller. Meine Fresse. Ich muss mal aus dieser Bedrängnis raus hier. Habe ich schon gesagt, dass die Kameraposition für den Arsch ist. Vor allem, wenn ein Banner vor dir steht. Oh, ein grüner Banner. Ich liebe grüne Banner. Diese Teleportkacke ist auch für den Arsch von den Großen, ne? Dass er sich einfach wegpolitotiert in meinen Spat. Speichern. Es gibt kein... Es gibt kein... Aber schon klar. Lalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Lass mich durch. Oh nein. Oh nein. Wir können weitergehen. Oh Gott. Ach, da ist sie. Bisschen übersteuert, oder? So war das nicht. Nein. Hoffentlich hat er ein Autosave gemacht. Ach, leck mich doch im Arsch. War sie wirklich? Die magische Höhle? Gut, da ich Zeitdruck hab... Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Hm. Da ich Zeitdruck hab... Ich will mal was probieren. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist? Oh. Ich probier mal was aus. Das kann doch nicht wahr sein. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist? Der Autosave wird nicht angezeigt. Oh, ich seh schon. Ich wollte eigentlich hier... Nein. Ich wollte hier hoch. Ich weiß aber jetzt, woher ich hin muss. Alter. Das hätte auch schief ausgehen können. Ich hab nicht die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Das heißt, wenn ich sterbe, dann falle ich. Wenn mir's mit 24.